Hallo ihr Weiküge und herzlich willkommen auf meinem großen Kanal und zu einem kleinen Indie-Horrorspielchen. Heute spielen wir zusammen Darkwood. Ich habe keine Ahnung was es geht. Vielen Dank nochmal an meine Unterstützer hier und ich probiere es mal mit meiner kaputten Maus zu spielen und mit Tastatur, wenn nicht, mit Controller geht es auch. So, dann gucken wir mal kurz in die Einstellung, Steuerung, WAST, Rennen, Umschalten, Shift, Umschalten, Links, Springen, Leertasse, Ausfall, Steuerung, Links, Also Rennen ist Shift, Nachladen ist R. KTM, Kubefertigkeitsmenü. What? Okay, ich habe sie gecheckt. Wir schauen einfach mal. Viel Vergnügen mit Darkwood. Profile neu. Schwierigkeitsgrad. Normal, nein. Prologen. Nein. Spielen. Wir spielen jetzt mal und schauen, was uns erwartet. Wenn es funktioniert. I hope so, oder? Sonst das Spiel, das du spielst, ist eine Herausforderung gnadenlos. Wir brüllen dich nicht an der Hand. Respektiere den Wald. Sei geduldig. Konzentriere dich. Konzentriere dich. Ja, da bin ich immer gespannt. Ja. Also wir sind auf jeden Fall im Wald. Gehts. 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 Los. Komm, ich hab's gelesen. Ja. Hallo. Hallo. Starte Engine. Warte, ich hab's gecheckt. Warte, hell. Ich hab's gecheckt. Kann ich irgendwas drücken? Wieso geht das nicht weiter? Ich krieg schon da hier ein leichtes Abbrechen oder Bürgerreiz im Gedärm. Ah, da unten ist der Ladeanzeige. Jo, es braucht halt ein bisschen zum Laden. Kennt jemand von euch das Spielchen? Dann schreibt sie die Kommentare. So, das ist das letzte bisschen raus, das schaffen wir es vielleicht auch noch irgendwann. Jo, weil's mir wieder länger dauert, holt euch was zum snacken. Ich hasse es. I hate it. Anbeliebbar. Ich halt mein alter Laptop, der braucht halt immer eine Weile. Also das hab ich mir jetzt schon ein bisschen anders vorgestellt, gell, muss ich ehrlich sagen. Hab, ah, oh, oh, es geht weiter. Kommt. Also die Systemvoraussetzungen für das Spielchen sind lächerlich. Aber irgendwie... ... 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 Wir starten den ganzen Rotz nochmal. Ich bin drei mein Bestes. Ich hoffe, dass es schnell vor sich geht. Da ist gut. Ich habe schon so leichte Befürchtungen. Jetzt mache ich ihn. Er lädt zumindest mal. Unten, wie man sieht. Ich habe schon so leichte Befürchtungen. Oder nicht? Boi. Boi Kiki. Oh, 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 oh. Jetzt. Jetzt. Komm, komm Baby. Schaffen wir. Das schaffen wir schon. Jetzt bin ich gut erhoffen, dass wir es vielleicht packen könnten. Ne? Was habe ich gesagt? Immer da, aber will er dann nicht mehr, gell? Das Luder. Warum auch immer. Oh. Jetzt komm, reich dich mal zusammen, ja. Spiel. Heiligsblechli noch einmal. Er will einfach nicht. Er will einfach nicht. Oh doch, jetzt. 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 Jetzt könnts eventuell. noch ein kleines Stückl. Noch ein kleines Stückl. Mann, jetzt fehlt noch so ein Pfitzeli. Wie? Mir ist so warm. Hab mich jetzt schon drauf gefreut, gell? Auf da, gut. Kommt Zeit, kommt Rad. Kommt Zeit, kommt Spiel. Mann, so ein... Jetzt. 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 Prolog. Danke. Ich sehe Hass und Angst in Ihren Augen. Die Mokeh ist ja cool. Die Mokeh ist ja cool. Als wäre ich die Quelle allen Elend, das dieses Land plagt. Also ziemlich düst auf jeden Fall schon mal. Ziemlich düst auf jeden Fall. Oh Gott, das ist Top View. Ah, Jesus, ist er von oben. Tisch durchsuchen. Tablette. Rucksack. Fallen lassen. Ah, okay. Hammer. Mein alter Notizblock. Gegenstand gefunden, Notizblock. Okay. Was haben wir da noch? Okay. Haben wir auch einen Schnapsbrenner untersuchen. Ein selbstgewassertes Gerät zum Herstellen von schwarz gebranntem. Stuhl. Stuhl. Weg da. Holztür öffnen. Holy chicken. Stuhldurchsuchen. Kamera. Meine alte Zenitkamera. Aha. 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 Meine Medizintasche. Medizintasche kann man da rein machen. Wert 100. Käfig, diesmal sind sie leer. Jetzt hab ich gedacht, dass ich so mehr so vorerst belassen, gell? Also Fertigkeiten, Entschuldigung. Okay. What a nice. All right. Let's see. Okay. After Slusen. Slusen. Ah. Schlüttel benutzen. Keiner meiner Schlüttel passt. Dann gehen wir da hin. Die ist offen. Ich hab jetzt echt gedacht, das ist mehr so first person mäßig. Ah. Entweder so Spiele, wo keinen interessieren. Da komm ich nirgends weiter. Ah. Schüssig guck's. Stuhl haben wir durchsucht. Aber sonst ist hier ja nix drin, ne? Verpack ich jetzt über Fenster einreißen. Das jetzt auseinandersetzen wäre Selbstmord. Dammit. Ziehen. Was kann ich damit machen? Was könnte man damit machen? Hier vielleicht irgendwas machen? Ah. Das war nicht so. Das war ja. Ich hab keine Dietriche. Ich hab keine Dietriche. Geht auch nenne. Scheiße. Oh. Lappen. Na momentan. Dammit. nix wieso schlüssel benutzen barrikade holzbrächer benötigt ich bin da überfordert haben ich finde nichts einreisen ich will es einreisen das foto auch schnapsbrenner untersuchen geht auch nicht ich wüsste jetzt nicht was ich noch machen will ein paar habe ich noch leute ich weiß nicht die mausverhaltung aktionsmenü ein plus symbol erscheint meinst du meinst du meinst du sagst ja ich meinst du zieh dem patienten dagegen ist es nicht mehr zu helfen er kann ich dann nichts tun es hat mich schon so gefreut dass ich wieder was gefunden habe da muss es doch irgendwas geben behälter untersuchen das schloss kommt schon seit langer zeit egal was drin ich habe eben nur unnützen schrott aufwahl ich könnte einen titrich benutzen ich habe keinen titrich ich habe einen titel der freunde freunde da geht nix es geht nix kann ich glaube nur 100 150 mal hier alle 50 mal hier alle ja wir können ich bin da total los ja kill spiel äh noch keine fehrlichkeiten gelernt schon und okay hier hier habe ich ja nichts wie guck mal ah das ist der hochschau ah all right so mortal Und da gibt es ja nichts, ne? Ich komme ja auch nicht da durch. Darüber kann ich ja auch nicht. Irgendwie... Was? Hab ich die schon nie gemacht? Nein, 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 nein. Ich bin gerade erst aufgestanden. Da habe ich da angefasst gesprägt. Na ja, vielleicht finde ich hier was. Monika, das gerade ist seit Jahren, glaube ich, durch das Rausen Stimmen zu hören. Stimmen zu hören. Aha. Vielleicht finde ich ja in meinem Räumchen was. Ich habe keinen... Ah, Alkohol. Schön, toll. Schlüssel gebunden. Lappen. Was ist das? Brett. Zwei Brettle. Sündhölzer, kann man auch mitnehmen. Und mein Medizin... Mein Medizinbuch. Ah. Interessant. Lappen und das ist ein Alkohol. Okay. Äh, hätte man vielleicht mal gleich mal durchsuchen können, ja? Äh, mal schauen, ob man da irgendwie durchkommt. Alright, da sind wir schon mal durch. Mein 122p untersucht. Äh, ich höre ein Hund. Mal schauen. Oh, ein Skeletto. Holzpuppe. Aber so ist ein ganz cooles Spielchen. Aber halt, ich habe mich eben wegen Puppe. Das ist jetzt nicht hier jedermanns Welt. Ich höre ein Hund jaulen. Ah. Oh, mein Name. rechte maus erzielen und schnell leise wie geht es schnell leise was muss ich jetzt da drücken alt ich weiß nicht mehr wie ah axt fallen lassen nein Ah, jetzt wird ein Schuh draus Ah, all right Hier ist nichts Ah, ein Teil Seil können wir mal nehmen Wo ist der Hundi? Brett Ein Nagel All right Es gibt halt da schon viel zu sehen Muss immer mal gucken Ist ja keine drüber Heils ist dunkel Aber wo war der Hund? Mysteriös Bin mal gespannt was ihr zu dem Spielchen sagt Hund untersuchen Mein Hund, ich glaube nicht, dass er das überleben wird Sollte sein Leiden beenden Hahahaha Hahahaha Nice Sorry, sorry Hund Aber für dich war das Beste Kann ich da nicht runter? Ach, ich hab gedacht Hm Tja, jetzt waren wir da draußen Jetzt sind wir wieder hier drin Jetzt sind wir genau so slow wie vorher Aber wir machen jetzt auf jeden Fall Mal ein Angeteister draus Ja Weil nochmal Eigentlich wollte ich ja Das vielleicht länger spielen Aber Nachdem Das ist ja das hier Top View Ich wüsste auch nicht wo es noch Mal ein Seil Mal ein Seil Ja Kann ja auch nix machen Und da hinten gibt es halt auch nix ne? Ja vielleicht wenn man da lang geht maybe da kommen wir nicht durch yeah oh jetzt ist meine Axt kaputt aufheben Knochen jetzt ist meine Axt kaputt Ort gefunden aber ein cooles Ding hier gefällt mir irgendwie gefällt es mir der Wald hat alle Straßen verschlungen die uns früher mit der Außenwelt verbunden haben niemand niemand schafft es durch dieses Ding zu kommen der 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 ich hätte eine Fackel herstellen. Tab drücken. Hab ich doch. Herstellung. Fackel. Wir benötigen eine Ro... Ah. Was brauchen wir noch? Benzin. Er wunderbar. Im Kfz hätt's doch Benzin gegeben, oder? Allein im finsteren Wald. Verlassenes Haus. Oha. Oha. In ein paar Tagen wird's komplett aufgesaugt sein. Ja wunderbar. Liegt doch einfach im Tod herum, gell? Ah, mir ist doch rot. Hilfe! Ich hab mich verlaufen. Lappen und Lebeband. Alright. Lappen und Lebeband. Lappen und Lebeband. Äh. Bräuchte vielleicht die Hälfte her. Also hier gibt's nichts mehr. Könnt ihr ein Haus bauen? Ja wunderbar. Türrahmen reparieren. Wen juckt denn da, ob da hier die Tür kaputt ist? Oder? Die Menschen. Naja. Aber ich würd sagen, ich belasse es mal dafür. Es wird sich wahrscheinlich eh keiner anschauen. Äh. Hauptmenü. Wäre jetzt Brotlos für das Spiel nicht gespeisen, wenn das Spiel jetzt verlässt. Ah. Jo. Uuuh. Ah. Ich hab jetzt kackt wieder ab. Ja. Ja. Freunde der Brotlosenkunst. Dann würd ich sagen, belassen wir das mal für heute mit sehr gut. Cooles Spielchen. Wer auf so Spielchen steht, mag das eine feine Sache sein. Ansonsten bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer älterer Rostimann. Thank you and goodbye. Ciao.